Wenn ich wüsste, wie man jetzt nach hinten guckt, würde ich nach hinten gucken, aber ich weiß es nicht mehr. Hey! Ich wünsch dir was! Ja, Digga! Hä? Ja, ich sage ja nicht. Ja, Leute, was geht? Mario Kart gegen Monte. Ich dachte mal, ich nehme auf. Mal sehen, wie sich Monte so schlägt. Er hat sich auf jeden Fall gebessert in der letzten Zeit, also Monte war ja nicht so gut im Mario Kart, aber er hat sich auf jeden Fall gebessert, kann man nicht sagen. Erstmal den Start verkackt. Ähm, Bro, ich bin Zehnter. Ich auch nicht. Leute, wir zocken hier gerade ganz gemütlich, ne, und plötzlich joint Monte einfach in die Lobby. Alter, was ein Zufall, ne? Wir sehen so Getten. Ja, Mann. Das ist schon krass, ne? Also, ich bin zwar kein Monte-Fanboy, also, ich finde ihn echt cool. Und ich finde es auch richtig gut, dass er jetzt hier in der Lobby ist, also, mal gegen Monte random, ich auch nicht, mal random gegen ihn zu zocken, ist echt schon geil. Obst. Wie viel da ist Monte überhaupt? Ich seh' nicht. Ich hab' das stream' jetzt gar nicht mehr an. Let's go! Fuck. Fuck. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hm. Ops. Wichtig, dass ich jetzt hier ein Geschenk krieg. alter montes vor mir die gar nicht mehr breit oder schießen doch ab mann alter danke richtig haupt genommen oder schaumante wobei monnte wobei monnte jetzt noch mal nach hinten aber gern zack 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 so wie man es kennt hier die kurve den normalen oh manch hat richtig alt ohr anhebt damn yo dg auf jeden fall mal sehen die tabelle plus 7 get on my level plus 16 naja so sieht man das doch gern da ist extrem irgendwie ich sag hallo alter komm mal da vielleicht ja denny ist drin digga der schwarze kleine guck dir den an digga schick doch nicht so alter das ist echt schon eine krasse schickung alter wir sind jetzt wir sind jetzt auch noch wir sind jetzt auch noch in denny stream das ist doch echt heftig wir kommen auf das video wird so leute abonniert mich auf jeden fall für mehr Mario Kart soviel steht fest für mehr Mario Kart folgt mir ja dann rave 5000 points denn ich mach dich platt Zuckerstrecke alter wie lahm sind wir denn da ist ja meine oma schneller mit dem grückstock ok menschen skinner ne i only have one coin oh shit rip bro versuch nach zu join ah den is home ja mit seinem waluigi oh shit ja nur dass er uns eh niemals annehmen wird aber man kann es ja mal probieren let's go leute by the way ich bin merlin ich zog ziemlich gern mario kart und monte ist random in unserer lobby gejoined bye bye danny bye bye danny bye bye danny bye bye rido bye rido hier hier Monto hat mich verschonen mit seiner Rote, Alter. Uh, jetzt wird Monto hops genommen. Alter, jetzt wurde ich hops genommen, Alter. Joke, was? Was? Dreimal hintereinander, Mann. Der letzte... Der letzte, Alter, der wird doch safe Blitz bekommen. Hops, Mann. Grollpilz, Alter. Jetzt wird safe gleich ein Blitz kommen. Ich habe so im Griff spüren, ne? Komm, 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 ich mache den shit, ich mache den shit, komm, 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 komm. Komm. Let's go. Could it be worse? Ich habe Monto überholt. Ah, Monto war nicht so überfreut. Äh, war nicht so happy. 4. Plus 1. Oh shit. Leute, sorry, falls ihr den Stream von Monty im Hintergrund hört, aber ich hab hier mein Zeitbildschirm offen und ich würd, ja, ich denke ihr würdet das gleiche machen, wa? Jo Leute, der Part wird vier Rennen beinhalten, also noch zwei weitere. Edit mich auf jeden Fall alle auf der Switch, mein Freundescode SW238480711438. Hier unten eingeblendet unter meiner Facecam. Edit mich alle. Richtig süß, oder? Let's go, drittes Rennen. Gegen Danny und Monty. Let's go. Bist du nicht in der Lobby, Bro? Weird. Echt heftig. Ja, ich verfeier's. Props, Monty, du wirst es zwar nicht sehen, aber ich verfeier's, dass du Mario gerade so durchziehst. Bye, Monty, geh mal weg hier. Was? Jeder zockt. Ja, feier ich. Boah, Alter. Ich würd gern wissen, wie viele Leute grad wissen, dass das Monty und Danny sind. Irgendwie wird der quasi schon richtig geschwitzt, so richtig Arschritze, so geschweißt, so richtig so auf Krampf, so. War mal dann nach hinten attackieren. Das würde Danny jetzt auch machen. Oh, Danny mit ner Bombe, da wird die, so wie ich ihn kenn, vorne das Safe hinsetzen. Ja, Danny, damit hab ich gerechnet. Okay, Danny auf den ersten. Danny hat sich auch extrem gebessert, muss ich sagen. Alter, der fährt jetzt schon richtig gut, Alter. Okay. Ja, bringt halt nix. Also, ich kann ihn schon verstehen, so. Aber, er weiß selbst, dass es nicht springt, aber er kann sich, glaub ich, einfach nicht so gut sehen. Oh, mein Controller spinnt. Der Link hat schon wieder dahin, wo ich nicht hin. Alter, Danny, Mann. Haiei. Komm, Alter. Jetzt. Komm, Danny, Alter. Ich hab zwei rote, Alter. Ich kann... Komm. Bye, Danny. Bye, Danny. Bye, Danny. Bye, Danny. Bye, Danny. Let's go. Let's go. Who the Danny, yo? Who the Danny? Who the Danny? Geiler Typ. Ach, ja, Leute. Das war's. Das war's. Das waren die Rennen gegen Danny und Monte, I guess. War auf jeden Fall cool, dass sie uns random nachgejoint sind und war auch mal kurz, äh, war auch echt mal cool gegen die zu zocken. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Haut rein.